Und nun hat sie eine Sportart mit nach Israel gebracht, die dort eigentlich gar keine ganz große Tradition hat. Aber Sie werden sich wundern, Katharina Piesetzki ist eine ganz temperamentvolle 18-Jährige. Elfte wurde sie bei den Europameisterschaften im Juni und hat damit ein klasse Ergebnis vorgegeben hier für die Spiele in Athen. Spiele in Athen Spiele in Athen Spiele in Athen